Hat nicht viel gefehlt zum Traumtor, apropos Traumtor, wenige Sekunden vor Halbzeitpfiff, Leroy, Jack, Mikkels, gute Nacht Marie, was für ein Tor, sein vierter Saisontreffer, wunderschön, macht das oft im Training und jetzt traut er sich auch mal im Spiel das zu machen. Mikkels, Daschner, Stoppelkamp, das Mittelfeld mit 22.